So meine Freunde, wir können uns nicht abwarten. Also wir haben uns entschieden, nächsten Tag wieder Kallenberg zu fahren. Ja, jetzt fahren wir halt wieder los. Fugabe, schon da haben sie es neu gemacht. So Sandfeeling, Fugabe. So Sandfeeling, das haben sie neu gemacht. Man kann da Getränke holen und ein bisschen Feeling haben wie in Urlaub. So, diese Brücke haben wir neu entdeckt, Leute, gestern. Das ist eine Fahrradbrücke auf der Urania. Das sind lauter geile Airbags. So, wir haben wieder mal neue Wege entdeckt. Jedes Mal kommen wir irgendwie anders her, aber jedes Mal einen viel geileren Weg. Herbie, wir haben Bomben weg, Bruder, du verpasst was, Bruder. So Wahnsinn Weg entdeckt, Leute. So da gibt es einen Bach, so wir fangen gerade den Berg auf, so easy, so locker. Und Fugabe, so easy geh! Das ist der schönste Platz bis jetzt. Das ist auch ein Loch im Fugabe. Das ist ein Loch. So, eine kleine Pause gemacht hier. So, jetzt geht es gleich ab. Geile Pause. Geile Pause. So, jetzt machen wir sich langsam auf den Weg, auf dem Rückweg. Das ist Ufo Gabi's Bike. Das ist ein geiler Bike. Ja, Ufo Gabi. Das ist mein Bike. Das ist Ufo Gabi. Yes. Das ist nicht von uns. Das ist nicht von uns. Das schmeißt man da auf Seite, Ufo Gabi. Ja. So. Zehn Kilometer? Ja. Wie viel? Bei mir. Schauen wir mal. Vierzehn. Zurück nach der Wand. Kания. Saja. So. Okay. Achtung! Eeeeee! 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 Hahahaha! Wuuu! Ich fange auf die Straße. Komm! Achtung! Gell! Wuuu! Wuuu! Das war's für heute. 42 kmh Leute. 46 kmh. 50 kmh. 50 kmh. Ja, wooo! Ja, wooo! Wooo! So, gefangen gehört jetzt durchschnittlich 52 kmh! Jawoll! Wuuu! Das hieß es! Das ist auf der Krat 650 kmh! Wooo! Das ist Wasser! Wuuu! Wuuu! Es macht Spaß, Leute, mit 2.50 km a.m. Ich kann boven, aber es ist auf 70 km a.m. Ich bin auf 1.50 km a.m. Jetzt geht es auf 1.50 km a.m. Vorgabe, du bist so schnell, keine Chance, bist du teppert, du bist so schnell, keine Chance. Ihr seht euch, die Vorgabe ist wahnsinnig unterwegs, sehr schnell unterwegs. Gibt es auch keine Chance. Du bist so schnell unterwegs. Ich habe einen Chip im Fugat. Ich schrei, ich füge mich. Ich habe einen Chip. Ich habe einen Bartig gefühlt. Ich werde da mal ein Ralf von Rundafahren. Ich habe einen Fugat. Ich habe einen Fugat. Ich habe einen Bartig. Ich habe einen Fugat. Wie sind die Motor ausgeschaltet und runtergefahren? Wahnsinn, Wahnsinn. Das macht wirklich eine Suche. Ha ha ha! Ha ha ha! Ja, 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 ja. Vurgen? Ja? Wow. Vurgen, ich gucke mir das gleich. Das ist mein Geld oder? Das ist mein Geld. Das ist mein Geld. Das ist mein Geld. Ist das mein Geld? Wir sind wieder auf den anderen Kanal. Jetzt fahren wir wieder durch. Ich weiß nicht Leute, wieso es heute so schön ist. Aber heute ist wirklich ein besonderer Tag. Heute ist es Wahnsinn. Ich glaube, es ist wahnsinnig Wetter. Alles ist gut. Ein kurzer Willi zeige ich euch. Das ist eine ganz kleine Willi. Jawoll! Jetzt probiere ich eine Wille. Es ist so schwer mit dem E-Berg. Es ist so schwer. Es ist so schwer. Speedbox. 3.0. Dann werden die sehen. 50 km. 2.0. Von Stand weg. Die haben keine Chance. Aber danach überholen die. 58 km oder was? Nein. Ich bin 25 km. Die überholen die. Aber so keine Chance. Von Stand weg keine Chance. So. Wir sind gleich im ersten Bezirk. Das ist so schwer. Woh! 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 Der Tempelstab, schau dich an. Uwe Liebke, uwe Lieberhund. Uwe Lieberhund. Jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht. Jetzt fahren wir weiter, Leute. Hade auf, frem. Jetzt haben wir ein Fuga geflitzt. Wuhuuu! Hä? Hä? Dann kommt ein Schwäger draus. Dann kommt ein Schwäger draus. Dann kommt ein Schwäger draus. Dann kommt ein Schwäger. Dann geht ein Schwäger draus. Ja f Hinter so ein Apfelbaum entdeckt jetzt isst mir ein bisschen Apfel so Leute wir fahren einfach Hände frei 26 kmh ganz easy so Leute wir sind gleich bei Spitz eine Aufergabe wer ist heute Flitzer langsam langsam geht Spitz haben wir auch geschafft. Wie viele Kilometer sind wir heute gefahren? Geschätzt? 40 sicher, oder? So Leute, wir sind heute 40 Kilometer gefahren. Wir sind jetzt von Kallenberg genau zur anderen Spitze gefahren. Also das ist unser Hauptplatz. Wir sind wieder mal bei Lobo Spitz. Der Airbag ist sowas Geiles wirklich. Egal. So, da ist gleich Schwächert. Das ist der Turm von Schwächert. Jetzt machen wir hier eine kleine Pause. Hallo. Aber dann. Sollte Schau mal. Schau mal. So Leute, jetzt in den Wald. Das sieht man kaum, was geht auf den Wald. Geh, Mann. Geh, Mann. Und endlich sehe ich meinen Weg. Ja, Alter. Wahnsinn, wie geil das ist mit diesen Geschwindigkeiten. Schon geil mit diesen Geschwindigkeiten. Wuhu. 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 Es ist schon schnell, gell. Für Wald ist es ausreichend 25. Ja. Wir fahren nur im Wald. Bis wir chippen. Frosch. Frosch? Ja. So Leute, das war's. Tschüss. Tschüss Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Vielen Dank.